Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Part von Let's Play Mario's Nightmare 64. Im letzten Part haben wir einen Stern aus dem Verloren im Sand, ja so heißt es vielleicht glaube ich, ähm, Colt. Was war das für ein Stern? Ich glaube der Weg des Feuers oder so ähnlich. Und davor hatten wir im Part zuvor noch einen anderen geholt, im Wasser oder so. Und jetzt gehen wir einfach mal weiter zu suchen. Oberster Stern im Tempel. Okay. Nebenbei, was ist das für eine Musik? Das ist mir noch gar nicht so in den Sinn gekommen. Äh, okay, das war verkehrt. Also drei Sprung. Eins, zwei und dann auf dem ne drei und dann bin ich direkt drauf. Okay, das ging schnell. Und vielleicht habe ich es jetzt drauf oder es war Zufall. Das kann ich nicht genau verorten. Aber ich mache mir gleich noch meine drei Sicherheits-Safe-States. Die will ich immer haben. Eigentlich müsste ich auch mal wieder The Bridge aufnehmen, aber ich habe irgendwie keine, gerade keine Lust dazu. Beziehungsweise Lust hätte ich immer, aber mir macht einfach gerade zur Zeit, ähm, Marys Nightmare viel mehr Spaß. Und, ja, warum nicht, nehme ich doch lieber davon mehr auf als, ja, also ich komme schon irgendwann noch dazu, The Bridge wieder aufzunehmen. Aber jetzt erst mal, wieder Marys Nightmare 64. Und jetzt hat sich das Spiel gerade richtig in seinen Wangen gezogen. Wenn ich diese Welt fertig habe, freue ich mich schon total darauf zu sehen, wie diese Welt Bowsers Schloss 2 ist. Beziehungsweise muss ich erst noch, stimmt ja, das wollte ich auch noch nachschauen, wie viele Sterne es noch gibt im blauen Schalterpalast. Das habe ich ja, ähm, das weiß ich auch nicht mehr. Das hat er mir sicher schon geschrieben. Also, entweder hat es mir in einem Part zuvor noch geschrieben, oder das hat er schon in einem Kommentar zuvor erwähnt, aber so vergesse ich, wie ich bin. Ich glaube, wie waren das drei Sterne in jedem Schalterpalast, außer am blauen oder so. Irgendwas war da. Egal, ich schaue einfach mal die Kommentare durch. Irgendwo muss es ja noch stehen. Das wäre nett, wenn du das mal schaffen würdest, Mario. Aber er will irgendwie keinen Weitsprung ausführen. Okay, da habe ich es. Ja, falsch, das ist egal. So, weiter geht's. Okay, oberster Stern im Tempel heißt, die Mission. Wollen wir mal kurz überlegen, was er damit meinen könnte. Also, da hinten ist ja dieser Tempel. Es war, geh an die Palme, Mario. Also, ich würde dieses Gebilde hier als der Tempel bezeichnen. Das hier. Äh, ja. Oberster Stern im Tempel. Hm. Deswegen würde ich sagen, Ich stelle erst mal die Kamera nach innen eigentlich, aber die will irgendwie nicht. Dankeschön. Und jetzt so da hoch. Eigentlich. Oder so, das geht natürlich auch. Geht vielleicht ja sogar leichter. Wenn... Mario... ... ... ... ... ... ... ... Dankeschön. So. Oberster Stern im Tempel. Hm. Joa. Hey, treibsand. Ne, aber ich möchte mal gucken, ob... Nein, nicht runterfallen. Ob ich von hier aus... ...irgendwo hinkomme. Also, das ist so diese... ...einzelne Palme. ...die irgendwie nichts bringt. Äh. Nein, Mario. Bitte nicht. Ich sehe zwar so gut wie nichts, aber es geht schon. So. 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 Ich will ja eigentlich irgendwie simpel rüberkommen. Hm, Dankeschön. Ja, aber wie gesagt, wäre nett, wenn du mir mal... ...in die Kommentare schreiben könntest, was das für eine Musik ist. Hört sich... ...wüstenmäßig interessant an. Die Musik könnte selbst aus einem echten Spiel sein, und ich wüsste es... ...könnte sie nicht zuordnen. Also... ...deswegen, ich kenne mich da nicht so aus. Roboter Stern im Tempel. Ich weiß auch nicht. Ungefühle ich mich... ...grad so, als müsste ich die 100 Münzen machen. Weil... ...weil wegen, dass ich es dann hinter mir habe und so. Äh, ich muss noch was anderes gucken. So, ich setze jetzt hier einfach mal... ...die drei Sight Stats. Und gehe jetzt mit dem... ...dritten Slot... ...hier rein. Wieder. Ob hier vielleicht jetzt was Neues ist. Kann ja durchaus sein. Ich... ...weiß ja nicht. Obwohl es eigentlich nicht so ausschaut, als wenn. Aber ich will nochmal... ...so... ...Jirani-Mah mäßig. Aber ich glaube, hier ist wirklich nichts anderes. Ich gehe einfach wieder. Ich... Ich glaube, das ist nutzlos. So. Wisst ihr was? Ich möchte jetzt... ...den 100 Münzstern machen. 100 und roten Münzstern. Beziehungsweise, wo ist der rote Münzstern überhaupt? Das ist wahrscheinlich wieder mal ein Level, wo die roten Münzen... ...irgendwann auftauchen. Das hat der Affio jetzt schon öfters mal gemacht. Aber ich bin da überzeugend, dass man hier die roten Münzen... ...ääh, die 100 Münzen nicht mehr in den roten Münzen gemeinsam machen soll. Oder nicht gemeinsam machen kann. Das weiß ich. So. Also hier sind schon mal... ...15 Münzen am Rand jeweils. Dachte ich eigentlich. Na gut, wenn ich am falschen Rand langlaufe, kann das ja nichts werden. Und irgendwo hatte ich noch eine rote Münze gefunden. Na doch, die roten Münzen sind hier schon vorher überall verteilt. Ich habe doch schon eine gefunden, wenn ich mich nicht irre. Und zwar auf der Ebene ganz hinten. Das war hier hinten, oder? Bin ich jetzt völlig... Ja, ist. Tatsächlich. Mein Gedächtnis hat mich nicht verlassen. Einfach mal durch die Wand gucken, kann ja nicht schaden. Kamera bitte, danke. Okay, da habe ich schon mit 22 Münzen. Das ist schon mal ein bisschen was, würde ich meinen. Und wo ist der Poké? Mr. Poké, du warst hier irgendwo? Dampfstuh. Ah, so soll ich euch umbringen. Ach, die Gehen füttern sich auch nach. Äh, füttern sich auch nach. Die füllen sich auch nach. Das wusste ich gar nicht. Das hat er schön schwer gemacht, die zu töten. Ach, ich kann hier auch eine... ...einfach eine Stampfattacke ausführen. Ach, das ist ja nett. Ich gehe gerade einfach mal gucken. Okay, hier hinten ist er tot und so. So, kann man entspringen. So, dann war hier hinten noch ein Poké. Ich gehe gerade mal zu dem hin, wenn ich den finde. Da. Komm her, mein Freund. Dankeschön. So. Ich brauche noch Müntern. Okay, da hast du Treibsand. Ich gehe hier einfach mal lang. Mal sehen, was hier ist. Eine Palme. Wo bin ich hier? Orientierungssinnbar. Äh, super. Will ich mit der Palme um so hochkommen? Ich weiß nicht. Ich probiere es aus. Nein, anscheinend nicht. Nein, mal nicht versinken. Böse. Äh, das Gebiet scheint mir nicht so zu sein, als wäre hier noch was. Äh, cool. Bin ich hier? Äh, irgendwie ein Stück Ruine oder sowas. Äh, schön, dass es existiert und so. Äh, okay. Äh, hat anscheinend keinen tief... ... tieferen Sinn. Denke ich. Vielleicht hat es den Sinn, dass ich hier mit dem Weitsprung auf Wundgehe. Waaah. Oder so. Na, komm. Nein, anscheinend nicht. Ich würde sagen, ich gehe einfach mal den normalen Weg, wenn es hier sowas überhaupt gibt. Weil ich bis jetzt noch nicht verstanden habe, was jetzt hier treibs und das und was nicht. So, hier ist auch irgendeine Säule oder sowas. Und ich höre hier einen Bob-Omb. Ich höre hier ganz laut einen Bob-Omb. Wozu ist diese Wand hier? Nehmen wir mal... Moment, die Palme hier steht doch sicherlich umsonst. So, erstmal hier drauf ein Save-Safe. So. Ja, da kommt man so nicht hoch. Ja, ja, ich gebe es ja schon auf. Ähm. Ich würde mich trotzdem gerne mal umschauen. Äh. Okay, scheint mir nicht... Er scheint mir nicht so, als würde das irgendwie Sinn haben. Und ich höre hier einen Bob-Omb. Ich höre hier. Nur die Frage, wo der ist. Stimmt, ist der einfach unter der, äh... Unter der Erde halt so. Und Wario, gehst du auf die Plattform? Anscheinend nicht so. Dankeschön Wieso hier ich hier ein Bobbomb? Da haben da gerade die Texturen irgendwie rumgeglitscht Okay Ich laufe hier einfach mal lang Mann, wo ist der jetzt hier Treibst oder wo nicht? So Ich habe keinen Schimmer, wie ich jetzt hier welchen Sand auseinanderhalte Hä? Das gibt doch mal so gar keinen Sinn Äh, what the fuck Wenn ich was beziehe, wenn ich stehen bleibe? Okay Wie sie sehen, sehen sie nichts, okay Und da ist ein Eingang, glaube ich Ich habe da hinten ein Loch gesehen Zumindest Oh, ich verstehe echt nicht Wie die Taktik jetzt ist, um hier durchzugehen Gibt es nun einfach einen Weg oder? Moment, was ist das hier? Äh Ich glaube, da sind massenhaft unsichtbare Wände Schönen Bobbomb, das verwirrt mich Sehen aber nicht Äh Auf welchem Zeitpunkt dort bin ich auf dem zweiten, okay Äh, auf dem dritten, okay Dann mache ich hier einfach mal auf den dritten hin Nein, und ich will ja eigentlich so runterkommen, dass ich keinen Fallschaden kriege Äh Wo bin ich? Ich sehe nichts Achso, hier ist eine Abgrenzung Äh, ja Die habe ich nicht gesehen Ähm Joa Schön und so Wieso kann ich hier auf einmal Der Sand sieht fast gleich aus an allen Stellen Und diese Plattform soll mir wahrscheinlich sagen, hier kann es zu lang gehen Was bringt mir das? Dann kann mich Nein Falsch Taste Weg dich, Mario Wir sehen, wo ich hin kann Ja, ey Irgendwie ätzend mit dem Dunkelheit Mit der Mit dem Dunkelheit, ja, ne Da habe ich eine rote Münze Sehen, ich setze einfach ein Save-State Ich meine, was soll's Ich kann hier, glaube ich, den AB-Trick ausführen Ja, kann ich Und hier ist ein Poke Hallo, Poke Komm her Komm her, mein Freund Komm her Sein braves Poke Dankeschön Ich stehe irgendwo Das ist doch schon mal gut Ich will alle Münzen haben Na, oh da Okay, passt Was bringt mir das hier zu sein? Nichts Egal Ich habe Münzen Die Münzen sind gut Ich habe so 52 Ich will Ich will Ja, den 100 Münzen Stehen kriegen Aber wenn ich den hinter mir habe Bin ich ganz froh Und so Netten Beich Äh, net Flabber ich da Nebenbei Nette Wandmalerei Oder was auch immer Das darstellen soll Ich denke mal Wandmalerei Sieht ganz schick aus Und ich sehe einen Block Was schaue ich mich überhaupt um? Man kann ja eh nichts erkennen Ich weiß selbst nicht wo ich hinlaufe Ich laufe einfach irgendwo hin Wird schon passen Einfach mal hier auf die Säule Säulen sind gut Denn die sind was Festes zum stehen Und ich höre Thiefhose Das ist nicht gut Nein, meine Münze Die will ich haben Komm her Meine Münze Die klaut mir niemand Meine Münze Äh, ja Ein Block Ein Block Hallo Block Kann ich dich schieben? Ja, dich kann ich schieben Die Frage Was bringt mir das? Ich kann dich Nicht runterschieben Okay Äh Egal Wird schon gewollt sein Ähm Wozu? Ich probiere das mal so Kann ich Ist da oben Dann Also soll ich so einen Dreifachsprung machen Und mich dann da Rückwärts festhalten? Das ist die Scheiße Ich kann nichts erkennen Ich weiß beim besten Willen nicht Was mir das bringen soll Äh Keine Ahnung Ich probiere mal was anderes Äh Was weiß ich Ich gehe mal in die Mario Perspektive Vielleicht sehe ich so mehr Oder so Ich weiß nicht Oder ich bleib doch In der Perspektive Äh Ich weiß Wenn ich noch was sehen würde Verdammt 1, 2, 3 Die Wand ist näher als es ausschaut Okay So Wenn ich in der nahen Perspektive bin Dann Sehe ich Alles in meiner Umgebung So kann ich vielleicht die Umgebung besser am Blick behalten Wer weiß Ähm Ich sehe im Moment Keinen Sinn Ich sehe da nur ein Chakya Jetzt mache ich die Perspektive Kurz mal wieder so Um mich ordentlich hinzustellen So Und jetzt wieder nah Hm Hä Eine Idee hätte ich noch Sonst gehe ich woanders hin Komm Nein Das war falsch Das auch So Und dann Ja Ich muss es mal aus der nahen Perspektive ausprobieren Nein Ja Jetzt muss ich nur noch Den Wandsprung ausführen Inso weit Dass es funktionieren will Na komm Oh ja Da muss Da Ist sogar eine Lücke Okay Wenn ich das weiß Bin ich schon mal ein gutes Stück voraus Nur Das ist endlich An der Tatsache Dass mir das ein bisschen zu hoch scheint Ja Das erscheint mir viel zu hoch Das erscheint mir viel zu hoch Ja irgendwie schon Viel zu hoch Dann soll ich da Doch so ein Dreisprung ausführen Oder so Oder so Mario Mario bitte Mario bitte Ja Äh ne Das macht auch nichts Äh hä Aber ein Ein Weitsprung Nützt mir da genauso wenig Ich weiß gerade nicht Ich weiß gerade nicht Vielleicht Kann man ja so Besser arbeiten Naja So nicht So eventuell Oh ja Oh ja Oh ja Äh ich hab's geschafft Irgendwie Aber ich hab's geschafft Ähm Ich sehe rein Gar nichts Nichts Nein Nicht runterfallen So Auf der anderen Seite war noch was So Einfach mal umschauen jetzt So Hier oben war auf jeden Fall Chakya Warum heißt denn Chakya aus? Eigentlich Chakya aus Chakya oder was Ich kenne auch aus My World Die Chak Aber Chakya Chakya Alter Oder so Bist du mich verarschen Chakya Dankeschön So Und gib mir deine Münzen 58 schon Was heißt schon Okay Da geht's runter Oh da ist ne Stange Oh da ist ne Stange Ähm Wie geh ich da ran Mit Weitsprung Scheint das Nicht ganz so zu gehen Okay Ist da was? Well Nein anscheinend nicht Das sieht grad irgendwie Ein wenig ähnlich dem Ähm Dingenswomens aus Ähm Er ist Shifting Sandland Find ich Und hier kann man Oder soll man Wandsprünge hoch machen Geht's in die andere Richtung auch weit? Äh Nicht so Mario Ich will nur dass du dich Ordentlich positionierst für einen Weitsprung Aber nein anscheinend nicht Anscheinend ist hier wirklich der Sinn Da Wandsprung auszuführen Okay Wenn ich das weiß bin ich schon mal ein Stück weiter Find ich Oh das wird einen Spaß Am dunklen Weitsprünge ausführen Äh Wandsprünge Weitsprünge Ja ne ist klar Wie kann man hier die Kamera einigermaßen gut einstellen? Ich glaub so Einigermaßen aber auch nur Wie gesagt nur einigermaßen Dann muss ich Mario aber auch gerade erwischen Sozusagen Ach du Scheiße Das sieht tatsächlich böse aus Und warum ist Ach egal Dieses kleine Dieses Ding hier ist irgendwie leicht unnötig Aber ich wüsste nicht wie ich das verwenden sollte Um hier Wandsprünge auszuführen Fuck War ansatzweise gut Ich muss halt gerade treffen Was nicht ganz so leicht ist Nein Und die Kamera soll so nah bleiben Dann seh ich wenigstens etwas Ich wollte Fick dich sagen Hab dann Fuck gesagt Super das nimmt sich nicht viel Ich will ab und zu Ich will immer zu oft Start drücken Um ein Safe State an Luft zu machen Aber er will nicht Fick dich Mich auf Z nochmal gekommen Super Ja das ist auch schon vergeigt Na Das ist leicht bis sehr fies Okay Ich denke so habe ich vielleicht Eine ganz gute Position erwischt Glaube ich Hoffentlich Bitte Oder auch nicht oder Na ja doch Das ist auf jeden Fall Verwendbar Oh du Scheiße Verändert sich die Kamera böse Ich glaube ich hätte die Kamera Doch auf Lakitu stellen sollen Das wäre vielleicht Ganz gut gewesen War die jetzt im Flug zu ändern Vor allem im Flug Ich höre nur eine Fledermasse Die ganze Zeit quietschen Quitsch Ach du Scheiße Ich kann diesen Safe State verwenden Aber die Kamera Verändert sich böse Und wozu ist diese einzelne Münze da Ich fühle mich durch diese Münze getrollt So ich muss es schaffen Einen zweiten Wandsprung zu klappen Und dann auf Y zu kommen Und nicht auf Z Oder ich mache einfach von neu Oder ich mache einfach von neu Und mache von neu Und ändere die Kamera Die soll besser sein Für Wandsprünge Und ich weiß ja nicht gerade Äh nicht F4 Ähm Die Kamera ist Besser oder was Ich weiß ja nicht so Da glaube ich irgendwie nicht dran Vielleicht ja die Nicht wirklich Das kann auch heiter werden Aber das kann ich irgendwie immer mit dem heiter werden Ich glaube mir gefällt die Mario Kamera dann doch am besten Würde ich meinen Ich meine die geht hier sogar so nett nach oben Fuck Aber das scheint mir mit der Kamera dann doch gut Außer ab der Ebene Ja vieler Maus Du kriegst ja schon auch irgendwann deine Aufmerksamkeit Aber ich habe ja nicht mal in etwa eine Ahnung wie hoch das ist Das wäre ich doch ganz gut so Ja ne und runterfallen Das ist auch keine gute Option Und da ist die Plattform Ich habe sie glaube ich schon gesehen Also ich Beziehungsweise ich war an ihr vorbeigesprungen Also muss ich mich mehr nach vorne orientieren oder was Das ist gut möglich Ah dann ist es Ja doch nicht ganz so hoch Eventuell Eventuell Wenn ich jetzt das mal wieder so hinkriegen würde Normal neigt dazu Schief zu springen Und dann geht er so seltsam in die Ecke ran Und dann kann ich dann kein Ja wieso Da kann ich dann keinen Wandsprung mehr ausführen Jetzt bräuchte man diese Pussy Wandsprünge aus Aus der DS-Version Da wäre das bestimmt zehnmal leichter Hey warum bist du so müde I am teuer Oh man Nein Okay das Sah aber ganz vernünftig aus Ich weiß nicht Muss ich ganz nach oben Oder muss ich einfach Muss ich einfach auf diese Zwischenplattform Anließe ich erst mal auf der Zwischenplattform landen Weil dann hätte ich schon mal Wie ein kleines Safe-Point Yay und wenn ich immer so hoch bin dann Macht er keinen Wandsprung mehr Komm das ist doch fast oben Wenn ich mich nicht Verrückt habe Ist dort oben Soll ich das in ein Klippenende oder so Ich bin ein Klippenende oder so Mann ey warum macht er da oben dann einfach keinen Wandsprung mehr Dann würde ich so schwer sein mal Dann würde ich Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh Und warum ist da diese einzelne Münze? Ist auch also in Frage. Wieso platziert man irgendwo eine einzelne Münze? Ich hasse es. Man sieht einfach ganz normale gerade Wandschwimmer aus wie normal. Ist das denn so schwer? Ich brauche immer eine bessere Ausgangsposition. So ungefähr. Und da kommt sie wieder anscheinend wieder vom falschen Weg ab. Daaa war kein Wandschwung mehr möglich. Das verspricht noch spaßig zu werden. Dann ist das so. Das tut einem Wandschwimmer am Anfang. Das tut einem Wandschwimmer. Vomcéligat! Ich bin noch hier drin ja. 1990, wird die Sitzung herkönigern. Was ist das so großartig? Ich bin noch nicht so großartig. Ich bin noch nicht so großartig. Ich bin noch nicht so großartig. Ich bin noch nie so großartig. Ich bin noch nicht so großartig. F*** dich, hab ich den Start-Button zu spät gedrückt. Dankeschön. Das ist gut. Das ist gut getroffen, bin ich der Meinung. Ähm, ich konnte eben noch einen Wandsprung ausführen. So kann ich jetzt keinen Wandsprung mehr ausführen. Eben konnte ich doch noch. Okay. Nein, komm. Das ist jetzt so möglich. Auch mit der Kamera. Ist die Frage, was mir bringt, da ganz nach oben zu gehen. Ach gar nicht, da ist die Decke. Hätte ich das gerade richtig gut bekommen. Weil Mario kam ja nicht höher. Und dann möchte ich probieren, auf die Plattform zu kommen. Die Kamera dreht sich aber bescheiden. Dankeschön. F*** dich. Da scheint wirklich die Decke zu sein. Oh mein Gott. Oh mein Hilfe. Und jetzt dreh dich Kamera. Okay. Gut. Wohin? Nein! Okay. Ich habe mir jetzt sicher ein Safe Staves gemacht. Ich dachte... Was zum Henker war das? Was zum Henker war das? Ähm... Ach so, das ist eine Rutsche oder wie auch immer. Das ist aber super. Das bedeutet AB Trick oder wie? Nöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Äh, ich sollte mal alle Safe Slots, ähm, umpacken, sozusagen. Und wieso? Du sollst doch AB Trick machen. Nichts anderes. Oh nein, er meint sich nach vorne werfen zu müssen. Moment, hier ist es auch mit Doppelsprung. Warum kann ich mich da überhaupt festhalten, wenn ich dann eh wieder runterrutsche? Fick dich, du hässliches Vieh. Aber wie es ausschaut, kann ich die ganz hochlaufen, einfach. Okay, ich bin irgendwo angekommen und hier ist ein Bob-Omp. Hier ist der Bob-Omp, den ich gehört habe, oder wie? Und wieso ist deine Plattform, wo ein Stern abgebildet ist? Hallo. Hey Mario, schmarrt die Kanone in dieser Welt auf. Ach, auf dieser Pyramide ist eine Kanone. Interessant. Und wo führt mich das hin? Ähm. Eine Bad von Wunsch, Stern drauf abgebildet ist. Ähm. Hä? Und hier ist kein Warp drauf. Okay. Dann lagere ich mal die 3 Sicherheits-Safe-States um. Ja, das habe ich jetzt gemacht, um zur Bombe zu kommen, richtig? Aber, was ich noch eventuell kann, kann ich auf diese Säulen drauf. Ne, anscheinend nicht, aber diese Plattform hier ist mir sehr suspekt. Hier ist aber nichts. Ja. Waffeln. 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 Ich Eyes. Waffeln. Das ist diese Plattform, diese Box. So, und hier sind nur diese Säulen. Und diese Schräge. Äh, aber irgendwo war hier ja auch noch ein anderer Weg, wenn ich mich recht entziehe. Wenn ich hier völlig verblödet bin. Ich weiß, wie ich eigentlich generell bin, aber... Äh, ja, von hier bin ich gekommen. Denke ich. Dürfte aber. Und wisst ihr es? Ah, das ist ein Warp, der mich nur wieder rausführt, okay. Gut, dann weiß ich, wie ich hier im Notfall wieder rauskomme. Aber wer sagt denn, dass hier nichts mehr ist? Oh, Moment. Moment, wenn hier Wandsprünge möglich sind. Aber, Moment, dann. Dann. Müsste ich ja eigentlich, wenn ich im richtigen Moment aus dem Sand rauskomme, hier Wandsprünge ausführen können nach oben. Genau so. Das bringt mir einen Scheiß. Ah, es ist schön, dass mir das nichts bringt. Dann ist schon mal eine Stelle für einen Stern ausgeschlossen. Also, ich glaube zumindest, dass mir das nichts bringt. Ich schaue jetzt nicht genau nach und ich sehe da hinten einen Schatten. Beziehungsweise, da habe ich da irgendwo einen Schatten von mein, gemeint gesehen zu haben. Klar. Ah, Moment. Nein, nicht dein Ernst. Das ist nur eine rote Münze. Ja, na sicher. Wo sind die denn überall verteilt? Oh Gott. Oh Gott. Dieses Level. Das Level. Na, ich probiere da nochmal an der anderen Seite an der anderen Seite an der anderen Seite an der anderen Seite an der anderen Sprünge auszuführen. Hmm, so ungefähr. Bitte Mario. Hallo, FCber. Nein, okay, ich geh jetzt hier weg. So, F5, ich hab ja noch diesen anderen Zestet da. So, dann muss ich irgendwie auf die Pyramide raufkommen. Die war da hinten. So, hier war der schöne Weg, wo ich nicht genau weiß, was jetzt Treibsand ist und was nicht. Fick dich. Jetzt beginnt wieder der Part, wo ich nicht weiß, wo ich genau lang gehen kann und wo nicht. Und auf die rote Münzen-Mission freue ich mich mal so gar nicht, vor allem, weil ich noch nicht mal weiß, wo alle sind. Ich weiß gerade mal von zwei. Von läppigen zwei. Ich kann mich daran erinnern, dass ich da stehen konnte. Ich versuche da jetzt lang zu gehen. Irgendwie, irgendwo. Wenn ich in etwa wüsste, wo ich lang gehen kann. Äh, nein. Hm, kann ich so? An übrigens zu der Geschichte mit Mario Crash. Ähm, ich hab mir das, äh, Mario's Nightmare 65 TP von ihm noch nicht angeschaut. Aber, ich hab gesehen, weil er macht ja gerade hier, äh, in Summary 74 Extreme Edition, da hab ich gesehen, dass, ähm, dass er sehr wohl Safe States verwendet. Nur halt nicht so viele. Also er versucht, möglichst wenige Safe States zu verwenden. Und wenn ich da nur in etwa eine Ahnung hätte, wo ich hier laufen kann und wo nicht. Verdammt. Ja. Also kann es durchaus sein, dass er, dass er in dem, von Mario's Nightmare 64 durchaus auch Safe States gesetzt hat. Ja. So viel dazu. Was ist das denn? Scheiß, Mann! Es bockt. Ich will auf den... Ich will wissen, wo ich laufen kann und wo nicht. Verdammt. Verdammt. So, ich geh jetzt einfach zur Oase hin. Wenn's recht ist. Was sollen denn diese Dinger... Ach, die... Sollen die mir den Weg weisen, oder was? Ich glaub schon, die stellen den Wegweiser da, okay. Aber das scheint nicht ganz zu stimmen, weil manche Stellen sind trotzdem... Treibsand. Bitte weg von hier, bitte. Ich hasse diese Welt. Na, was soll der Scheiß? Was denke ich... Wie zum Henker! Ich sorg für einen mittelschweren Wutanfall. Ich weiß nie, wann ich jetzt im Treibsand stirne und nicht, weil alles gleich aussieht und es irgendwie random ist, wann ich sterbe. Bitte, ich weh doch nur auf diese fucking Oase. Ich will mich schon verarschen, ey. Du Dreck, du Dreck, du Dreck, du Dreckiger Sand. Ja, Sand ist dreckig. Mann, bitte. Ich will hier lang gehen. Ich krieg gleich einen Anfall. Ist doch wohl nicht die Möglichkeit. Wo zum Henker soll ich lang gehen? Ich bin doch diesen selben Weg gegangen schon mal. Hier lang? Nein. Gut. Lass mich. Dankeschön. Dreckiges. Abregen. So. Da ist ne Münze. Ah, ne Plattform mit ne Münze drauf. Äh. Da drüben ist ne Plattform. Gut. Ah, cool. Hier sind überall Plattform und Kamera. Das ist nicht dein Ernst. Fick dich. Sollts nur da hoch gehen, Mario. Machen wir mal kurz im Auge kratzen. Ähm. What the fuck? Das ist ne rote Münze. Wie soll ich da ran kommen, bitte? Oh, ich kann hier irgendwo oben hoch. Und hier ist ein Poké. Hallo. Hallo. Stopp. Ähm. Ey, unsichtbare Wande. Äh, Wande. Genau, unsichtbare Wande. Sehr schön. Wo komm ich hier hin? Ach, das ist der Start. Okay, okay. Und ich seh mal wieder nichts. So, hier irgendwo hatte ich ja durch die Wand gerade die rote Münze gesehen. Glaube ich zumindest. Oh, hier sind Münzen. Äh, damit. Einen roten, blauen Münzschalter muss es ja hier auch noch irgendwo geben. Na gut, muss es nicht, aber kann. Ach, und da ist das Loch für diese eine rote Münze. Mhm. Kamera, bitte bleibt doch einfach so stehen. Ich bin einfach so vorne nach vorne gerichtet. Dankeschön. Schön, dass er dafür extra ein Loch gebaut hat. Eine Frage, komme ich hier auch wieder raus? Ohne wieder, äh, ganz nach oben laufen zu müssen? Das fände ich schön. Das muss eigentlich gehen. Ist nur die Frage, ob mein Skill dazu ausreicht. Meine Skills im Z. Das ist auf jeden Fall möglich und ich probiere das jetzt. Egal, wie lange das dauert. Ich will da jetzt so rauskommen. Glaube ich zumindest, dass ich das will. Mal ganz kurz ordentlich hinsetzen. Oder ich laufe nochmal hoch. Das ist die Frage, was sich mehr lohnt. Ich will da eigentlich nicht nochmal hochlaufen. Das ist, glaube ich, verständlich. Mit der Kamera schaffe ich das erst recht nicht. Ich hasse diese Kamera. Ich hasse sie abgrundtief. Und ich glaube, diese Position ist gar nicht schlecht. So, ganz eng am Rand muss ich einen Seitwärtssalter aufführen. Genau, aufführen und dann komme ich hoch. Oder ich mache einen Wandsprung. Nicht wirklich. Oder kann ich das auch? Mittels... Nein, kann ich nicht. Oh, doch, wartet. Okay, da bin ich zu weit. Oh, meinst. Irgendwie so muss es gehen. Irgendwie so muss es gehen. Hoffe ich. Oh, ich... Oh, ich will hier raus. Ah, komm. Ich habe schon zigmal gesehen, dass es geht. Ich habe es da selbst noch nie ausgeführt. Aber komm, bitte. Hm. Ich glaube, ich sollte runtergehen. Ich gebe es auf. Ich bewege mich nach vorne, obwohl ich mich keinen Zentimeter bewege, oder was? Ah, okay. So, wohin? Da drüben. Ich mache mir einen zweiten Sicherheitssafe-State. Man weiß ja nie, was ich verbocke. Und ja, dann geht es jetzt weiter. Womit auch immer. Ich habe ja selbst nicht mal einen Plan, was ich genau tue. Und das ist immer die beste Voraussetzung, selbst keinen Plan zu haben. Ja, das soll in echt eine Art Wegweiser darstellen. Das funktioniert aber irgendwie nicht. Ich will ja eigentlich da oben drauf stehen. Es stand ja auch einmal auf so einem Ding oben drauf. Das ist irgendwie... Mir kommt es so vor, als wäre es einfach nur Buggy. Mir kommt es mir so vor, als wäre da irgendwas gewollt. Sondern mir kommt es so vor, als wäre es Buggy. Weil es ist so random einfach, wann ich sterbe und wann nicht. Ich kann mir nie sicher sein. Oder hat er da einfach irgendeinen mini-schmalen Pfad hingepackt, auf dem ich laufen kann oder so. Irgendwie sowas. So, jetzt bin ich da rein. Da war ich ja schon mal drin. Also, das ist irgendwie möglich, da reinzukommen. Dankeschön. So. So, jetzt auf die Pyramide zu kommen... ...dürfte eigentlich kein Problem sein, würde ich sagen. Ich mach's mit A, B. Insofern ich das... ...hinbekomme... ...dürfte eigentlich kein Problem sein, würde ich sagen. Yay. Okay. F5. So. Wo muss ich hin? Immer einfach mal so. Ah, ich kann mich durch den Berg schießen. Das ist aber schön. Ich seh mal so gar nichts. Ich hab' ich keinen Schimmer. Okay. 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 Ich bin irgendwo... Äh... Vierter Save-Slot. Münzen. Das bedeutet, hier war ich tatsächlich noch nicht. Und das ist gut. Und ich... ...verpeile, wo die Münzen sind. Das ist irgendeine... ...seltsame Wand. Ja, komm, ist gut, Wand. Ich will die Münze da haben. Okay. Andere Position. Die Münzhol-Aktion. Okay. Das war zu weit. Ich hab' sie. Sehr gut. Hier ist... ...Level Ende mit unsichtbarer Wand. Oder Level Begrenzung. Schön. Oder auch nicht. Ich weiß es nicht. Okay. Ich hoffe, ich krieg' dann bald den Hund... ...Watfuck. Äh, den 100 Münz-Stern. Okay, das ist bei der Oase. Ah, jetzt bin ich... ...äh, Moment. Wenn ich hier eben schon war... Äh, hä? Okay. Okay, hier ist ne rote Münze. Soweit, so gut. Dieser Berg ist mir irgendwie unsympathisch. Hier sind nochmal fünf Münzen. Oh, hier ist ein Eingang. Da geh' ich gleich rein. Erstmal wollte ich sagen, den Berg rundherum erforschen. Aber es geht schlecht, wenn er eine unsichtbare Wand ist. Okay. Achso, da ist ein... ...Lol. Und ne rote Kappe. Und hab' ich hier irgendwas in der Wand grad gesehen? Da bin ich jetzt... Ich hab' grad ehm irgendwas gesehen. Äh... Hä? Okay. Hier ist ne... ...Flugkappe. Ähm... Ich mach' mein... ...ich weiß gar nicht mehr, auf welchem Slot überhaupt irgendwas war. Aber ich mach' einfach mal. Okay, einfach mal gucken, was ich damit anstellen kann. Ich würd' sagen, zur Kanone erst mal. Wenn ich die Kanone finde. Ich glaub', das ist nicht die beste Kamera dafür. Wie war das Rakito rausgesummt oder so? Na komm'. Erstmal umbringen. So. Also, ich wollte in die Kanone gehen. Und da ist ein Loch oben drin. Ich glaub', da geh' ich aber als erstes hin. Es gibt hier in diesem Level so viel Zeug. So, ich sitze jetzt hier in der Zeitstage, ich hab' ja noch einen Ersatz. Okay, da ist ne rote Münze. Ähm... Ich würd' sagen, ich geh' jetzt zurück. Okay, das ist gut so. Ich glaub', ich mein' jetzt wirklich rote Münzen und tonnert Münzen. Weil... ...weil wegen, weil ich jetzt schon so viel Hab-Münzen habe. Hm... Nein, ich nehm' keinen Schaden, tut mir leid. Nee, ich hab' das hintermacht. Geht da hoch. Nein! Mann, wie... Hm. Das ist nicht dein Ernst. Unstabile Wände, Apurius. Ich hoffe, du fixst das. Oder du meinst du, du bringst eine Version irgendwann mal raus? Eine 1.1 Dann hoffe ich, dass das weg ist Okay Das, was ich da sehe, ist einfach nur Eine Metallbox und was Blaues What the fuck Kamera bitte Warum ist da Äh, ich will es nicht wissen Na gut, eigentlich will ich es schon wissen, äh, egal Go, go So So So, wenn man zerstet hier Weiß kann und so So, was ist hier auf diesem Ding Nichts Da bin ich mir aber nicht so sicher Er scheint aber tatsächlich nicht zu sein, das ist doch prima Äh, ich glaube, ich muss jetzt mit der Flügelkappe in die Kanone Das klingt logisch Einfach hochschießen Ach, das Treibsand Ja, das ist ja super Ja, das ist ja super Ja, da oben hat er also überall Treibsand gepackt Sicher Okay, hier hört die Weltkarte auf Äh, ich sehe nichts Die Frage, was bringt es mir zu Blut Mario zu sein Es bringt mich in unendlichen Geschwindigkeiten Aber ernst, wo sollen hier noch Münzen bzw. roten Münzen sein? Da, auf diesem Gerüst Wo ist denn das? In einem Moment, war ich hier schon drauf? Ja, doch, hier war ich schon Ja, hier war eine rote Münze Äh Hm, hä, was bringt mir das denn jetzt? Ne, man will es doch gar nicht mehr Also ich fliege jetzt mal rundherum Nur mal so, als Jux sind dollerei So, hier ist der Start Wo sind bitte die restlichen Münzen? Ich dachte ja eigentlich oben auf diesem Berg, aber Äh, hä, ich war doch schon überall Jetzt habe ich leichte Verzweiflung Oder was, jetzt habe ich Jetzt bin ich leicht Verzweiflung Wozu gibt es hier die rote Kappe? Wenn ich hier im Außenbereich fliegen kann Aber Aber Hier oben ist nur Treibsand Hier oben ist nur Treibsand Wie ganz ihr da notes safe Ey, Scientists Wo sind denn was? Äela Beide erst mal richtig hoch In die Richtung Ich will noch mal gucken auf den Berg Zu wo ist was war da hinten? Jetzt will ich gucken. Aber da ist nichts. Beim besten Willen ist da nichts. Ach, nein! Hier ist nichts. Beim besten Willen ist hier nichts. Und ich muss da... Ich bin so leicht verzweifelt. Ich dachte, ich hätte jetzt hier voll was damit gefunden, aber nein. Das bringt mir einen Scheiß. Nur diese Box hier beunruhigt mich. Äh, fuck. Ich weiß nicht, dass ich einen Schimmer hätte, wo ich hin muss. Äh, wo, diese Kappe ist doch nicht umsonst. Aber ich sollte ja wohl nicht auf das Wasser nehmen, oder? Ich schwimme hier einfach mal runter. Ja. Ich weiß nichts mehr gerade. Ähm. Okay, das ist ein Glitch. Äh. Ich bin verzweifelt und zwar sowas von. Wenn ich das mache, dann ist er die Kappe auch weg. Naja, da oben ist noch ein Chuck hier. Dann kriege ich noch 5 Münzen. Supi. Äh. Äh. Damit pausiere ich den Part. Ich muss jetzt leider erneut nachschauen, weil ich brauche die restlichen roten Münzen. Um diesen Stern zu kriegen. Und ich weiß am besten will nicht wo sie sind. Und ich habe keinen Bock jetzt mehr zu suchen. Das würde nur ein, zwei Stunden Part zufolge ziehen. Oder noch länger. Das kriege ich einfach nicht hin. Also wir sehen uns dann gleich wieder. Und da bin ich wieder. Ich habe jetzt ein Stück weit geschaut. Sein Part. 8 war das glaube ich. Und ja. Ich gehe jetzt mal wohin. So. Ich muss nochmal hier hin. Schön, oder? Das, äh. Erfreut mich ja schon mal. Und ich glaube ich werde die restlichen Sterne alle nur mit Hilfe holen können. Weil die dann doch einigermaßen schwer versteckt wirken. Weil diesen Stern, den ich jetzt hole. Oder, beziehungsweise hole ich erstmal den 100 und roten Münzstern. Ähm. Hätte ich so niemals entdeckt. Das kann ich jetzt schon mal sagen. So. Geht er hoch. Mario. Okay. Auch da. So. Jacka. Komm her. Ich brauch deine Münzen. Mehr damit. So. 98. So. Schaut mal was da ist. Eine Stange. Schön, oder? Die habe ich am besten Willen nicht gesehen. Und ich hätte sie auch nie gesehen. Ich hätte 10.000 Stunden gezogen. Ich hätte diese Vergängsstange nicht gesehen. Ich hätte 10.000 Stunden gezogen. Ich hätte diese Vergängsstange nicht gesehen. Komm Mario, bitte. Dann habe ich den 100 Münzstern schon mal. Komm her. Dankeschön. So. Damit habe ich das hier in diesem Level schon mal abgehakt. Das ist scheiß genug. So. Ähm. Wie viele rote Münzen habe ich eigentlich? Sechs. Okay. So. Ich habe nur bis zu diesem Stück den Part geschaut. Also ich weiß jetzt nicht, wie es hier weitergeht. Beziehungsweise ob da oben noch eine rote Münze ist, ob da ein Stern ist. Ich habe nur bis hierhin geschaut, um zu sehen, wo es weitergeht. Wollen wir mal gucken, wie komme ich da hin. Okay. Die Plattform ist anscheinend näher, als sie ausschaut. Ich glaube aber, so soll ich das nicht machen. Okay. Gehe da hoch. Okay, das ist jetzt nur Platforming, oder wie? Da? Ja, okay. Das geht jetzt nur über solche Plattformen. Da oben dürfte ein Stern sein, aber ich mache das jetzt, um... Da ist ein Schalter. Ich mache das jetzt nur, um zu schauen, ob da noch eine rote Münze ist. Äh. Ja, na sicher. Wenn es sonst nichts ist, Blöcke. Hm, Moment, sehe ich da oben nur diese Box? Äh, nein, so nicht. Wie mache ich das am ungünstigsten? Eigentlich mit festhalten, aber das will irgendwie nicht. Aber so. 1, 2, 3. Ja, so. 1, 2, 3. Ja, so. Ja, so. 1, 2, 3. Ja, sicher. Ich glaube, das wird so nichts. Ich glaube, seitwärtssprung tut es hier. Da oben ist da nur wahrscheinlich wirklich nur ein Stern drin. Soll ich mir das antun und die roten Münzen nochmal holen? Ich habe sechs rote Münzen. Ich habe keinen Schimmer, wo die letzten zwei sind. Soll ich mir das nochmal antun, die später zu holen? Soll ich jetzt noch nachschauen, wo die sind? Beziehungsweise komme ich denn jetzt von mir hin? Ich bin hier überhaupt noch weg. Ich könnte hier von weg kommen, aber das wäre umständlich. Ich nehme jetzt den Stern und hole die roten Münzen wann anders. Ist okay, ist okay. Ich bin froh, dass ich den Stern, zwei Sterne gesammelt habe. Und bin damit mehr als zufrieden irgendwie. Oberster Stern im Tempel. Rund 100 Münzen. Luke. Ich bin dein Vater. Was? Super Textnachricht für 70 Sterne. Applaus. Okay. Ich bin fertig mit Nerven. Danke fürs Zuschauen, Leute. Das war es mit diesem langen Part. Das ist jetzt wirklich der längste Part, den ich bisher hatte. Es dürfte so eine Stunde 30 sein. Weil zwischendurch war die Phase, wo ich mir dieses Video angeschaut habe. Oh Gott. Wir sehen uns im nächsten Part. Ciao. Ich bin froh. Diabend. Ich bin froh. Ich bin froh. Vielen Dank.